ich stelle euch heute mal eine burg vor und zwar ist das die also ich weiß nicht was die burg ist auf dem fall die passwesten burg hier hinten ist passwesten ja genau da hinten ist passwesten ich gehe heute mal auf die hohe burg hier steht mein fahrrad du bleibst da nicht geklaut werden so das ist die ganze fläche hier ich zeige euch das ganze gelände ich bin schon so groß hier leute alles klar alles gleich ich war jemand noch ich war hier noch nie drauf muss man ganz ehrlich sagen so licht wird geöffnet alles an das ist die burg das war das hier früher kerker türmerzimmer obenbereich verteidigungsraum alles klar ich war hier noch nie drauf leute schreibt die kommentare bei 25 likes gehe ich nochmal auf eine burg und dann zeige ich die euch auch ich gehe mal gerade hoch oh mein gott ist das in das sehr richtig interessant hier oben alles klar hier steht das alles drauf lege ich euch nicht vor war hier der kaninzimmer hier war vor das kamin so jetzt gucken wir mal hier nach draußen sehr schöner wald ich habe mein fahrrad hier ist das auch hilfe ich bin in der gt an hilfe so jetzt gehen wir mal hoch ach du scheiße diese treppen die liebe ich gar nicht wisst ihr hier steht alles ach du scheiße oh mein gott ich kann nicht tipp dir ähm ich geh jetzt mal mit euch hoch ach du ich muss mich extra so wirken weil ich so groß bin ach du ich darf mir hier keinen kopf anhauen das wäre echt scheiße oh Alter so jetzt bin ich hier so das war ein wohn und zufluchtsraum der familie hier seht ihr alles das gehen wir mal hoch geile aussicht ach du scheiße sag nicht es kommt noch hier was ich war hier noch nie Leute Leute ich war hier noch nie auf der Burg ich bin ja heute zum ersten Mal drauf ich weiß selber nicht was auf mich zukommt oh mein gott Leute oh mein gott zeige ich euch aber viel hier oben ist das Holz oh mein gott das ist ja aber richtig krass hier oben lol so ähm hier sieht ihr alles da wohne ich hier ist glatt englisch äh hier hinten ist glaube ich glatt englisch altenburg Moment mal bat äh hallo sag an sie mal paar Alter ich hoffe es wird nicht geklaut ähm das ist das ganze hier da hinten das ist was wissen da hinten ist kerstausen da wohne ich ich bin extra von so weit hierher gefahren äh äh ja ich komm gerade fest so so sieht das aus muss jetzt mal schnell runter hinterher mein Fahrrad geklaut oh mein oh nein Leute ich muss mich jetzt hier mal kurz festhalten oh mein gott ähm ich hab einfach so schiss nicht dass mein Fahrrad geklaut wird schnell runter das ist ja ne geile Burg Leute wirklich das ist ne geile Burg ich zeige euch keine Verstecke sondern ich zeige euch nur das was hier drinnen ist wo ich auch rein kann ähm was ist das denn hier hier seht ihr ist auch zu eng ich geh mal ganz gerade hier vor äh guck mal ich bin so groß also bis dahin bin ich groß ach du ich hab mich hier fast angedotzt oh mein gott Leute oh ich kann hier fast runterrutschen oh mein gott Leute noch höher geht's nicht bei mir ich bin sowas von groß ich pass hier gar nicht mehr rein ach du scheiße oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott bin ich unten bin ich unten bin ich unten mein gott ist mein Fahrrad noch da leider ist mein Fahrrad noch da ja ist noch ordentlich ähm na gut ähm jetzt geh ich mal schnell runter so ne Wendeltreppe ich hätte auch gerne eines zuhause Leute besorgt mir eine so heute schon auf der Burg auf die Löwenburg Löwenburg hab ich übrigens kranken mehr bekommen so hier ist noch das Sicherungskosten und alter geil so jetzt zeige ich euch mal das hier ähm ja ich nehme mein Fahrrad kurz mit oh da kann ich das ja gar nicht mitnehmen nicht schlimm ich lasse mal kurz die Tür stehen ähm ja gut ich zeige euch das mal ganz ganz gelände hier was ist das denn ein Wohnhaus ihr könnt so gut heutzutage noch Picknick machen wenn ihr hier grillen willst Geburtstag sein willst geht hier klar hier oben könnt ihr noch schon auf der Burg besichtigen ja das war hier wie so ein Dorf hier ist nur ein Brunnen Fahrrad bleibt nur stehen ähm sonst ist das denn nur so groß oh mein Gott so werde ich jetzt mal das Video beenden ähm ja was ist denn noch was auch hier die sonst gar nicht die ist nur klein versteckt hier könnt ihr euch verstecken da würde ich sagen da würde ich sagen Leute war es das mit dem Video erst mal lasst mir mal einen Daumen nach oben für die Folge und lasst ein Like da vergisst meinen Kanal nicht kostenlos zu abonnieren bei 25 likes zeige ich euch nur noch die nächste Burg und ciao Tschüss